Oh, Kaso! Ich hab ne Waffe, ich bitte dich von mir fern zu bleiben. Spiel wir das Spiel? Welches Spiel? Wir ziehen davon zu dem Kopf. Warten bis der Time-Up genommen ist und... Oh! Nice! Da muss noch einer kommen, lass mal... Nein, wir ghosten nicht, nein! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Du bist ein Traitor, jemand hört's in deine Stimme raus, dass du Schauspielerst. Was? Du grinst richtig breit. Versuch's gar nicht erst. Oh mein Gott! Oh! Durch Memes hab ich immer den... Ziegenschrei im Kopf, wenn die... Ah, ah! Schau! Okay. Ich muss gleich niesen. IMPF! 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 Ich hasse dich so sehr, die Tickets... Hey, das ist an! Trigger ist auch noch so richtig schön... Du bist richtig trigger-happy. Oh, hey Kaso, hey! Hey Kaso, hey! 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 Hey, 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 hey. Ich wollte den Ding, den Ding, den Ding! Dient, Alter. Den lässt auch noch so rum. Na, du, trauriges Leben. Hast du wirklich mein Versteck kopiert? Mir egal, ob du Twitter warst oder nicht. Einfach dafür, dass du mein Versteck kopiert hast. Oh ja, ist es sogar exakt gleich abkopiert. Richtig billig. Der hat mal in den Lone, schau! Boah! Boah! Tja. Salty? Oh, Salty! Ja. So funny. Mein neues Lieblingstier. You made a not funny. Ich bin ein ganzer Kanalkontent. Eigentlich nicht, aber okay. Du bist nur selektiver Kanalkontent. Wieso diskutiere ich überhaupt noch mit dir? Das nutze ich nicht. Wieso redest du überhaupt noch mit mir? Das ist auch ein guter Röger. Ich könnte mir jetzt auffallen, aber dann habe ich keinen zum Reden. Also du. Und Blair. Und äh... Alles, komm doch runter. Wir können auch hinten. Ja, komm mal, du kannst mich gut testen. Wenn du dich jetzt vergast. Ist ja zu lustig. Ich mach mal zu, falls jemand reinkommt, dass wir annehmen. Du deine Waffe weg, du deine Waffe weg. Okay. Wie ist das? Wie ist das? Sooo. Was will ich jetzt sehen? We're going to a trip to a place called Auschwitz, it is shower time. Der hat mich gerade abgeschlossen. Dumme Hure. Kasu, komm mir mal zu. Der Sniper. Ich seh's. Ich such mir Leichen und werf die mit dem Magnetostick rum. Wäre ich nicht gestorben. Das ist gerade so einfach über Kasu. Okay. Ich wollte noch nicht angeschossen, aber okay. Hast du dich gesagt, jemand hat dich angeschossen? Eigentlich nicht. Achso doch, ja. Kasu, what the fuck? Ach sorry, ich hab endlich die Krise, als könnte ich mir das alles merken. Bitte komm, bitte komm mal schnell. Bitte. Ich versuch's schon. Bitte. Wobei ich mir vorstellen kann, dass du mich gerade verarscht. Kasu vertraut mir einfach nicht mehr. Vor allem wie ich dir einfach so... So... So ein Richteiskader mitgeklebt hab von hinten. Ey... Na super, danke. Ich dank dir vielmals. Boop. Ey. Willst du Stress? Oh Gott, 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 oh Gott. Entschuldige dich. Willst du Stress? Entschuldige dich. Komm, Alter. Was willst du? Du bist damit vorbeigelaufen. Tschüss. Ich hab dich aus den Augen verloren. Konfirm. Warte. Warte. Ich muss kurz anfangen. Aber ich dachte, wie hast du mich dann fast nicht gesehen? Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Ich hab meine Sinus-Püste. Die reicht mir. Okay. Gibt dann noch einen zweiten Traitor. Der ist da in diesem Raum, wo diese Klippe da ist. Dieser... Wieso sagst du das mir? Keine Ahnung. Du bist Traitor. Ich bin tot. Ich dachte, du hast die ganze Zeit, der mich angeschossen hat. Oh. Kasus. Ich seh's kommen. Hättest du mehr Zuschauer? Ähm. Ist dir irgendwelche Fanfictions von uns jetzt besser mal? Das geht gar nicht. Ist mir egal, ob du bist wahrst oder nicht. Ruhle. Oh, schon eine Leiche. Confirm death. Ich hoffe, ich begegne dir diesmal nicht so schnell. Bitte. Verpiss dich. Hi. Alles, was du uns hier erzählst, ist ne Lüge. Wieso vertraust du mir nichts? Halt's mal. Bist du nur gute Freunde. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Kazo! Toenndick. Tut ein Freund gibt mir meine K anatin. Hat er kla- I do not give a fuck. Nobody will ever know. Ah, hab ich gefunden. Das ist mein Land. und sieht die waffe so durch die wand das ist das traurige das ist mir nicht mehr Du bist es mir nicht mehr. Du bist es mir nicht mehr. Dein Leben... Ich rutsche aus. Hups. Hups. Tut mir so leid. Sorry. Scheiße. Hups. Bin ich auch ausgerutscht? Sorry. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht was passiert ist. Kümmert euch drum. Ich bin ja manchmal auf X-Hamster unterwegs. Und ich hab einfach mal nach Sizzoring gerugelt. Es kam eiskalt ein Typ raus. Der hat wirklich zwei Scheren genommen. Und einfach gesizzert. Ich hab so sehr drauf gehofft genau sowas zu finden. Einfach weil es X-Hamster ist. Oh ich hab nichts drauf. Oh scheiße. Hey. Pfff. No. Leute kam Schütze. Ja. Die glauben es mir. Ach ne. Jetzt. Die laufen jetzt nicht. Ich hab' da mit meinen Freunden durch. Körperlich. Änerlich. Dort. Äh. Ähh. 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Und den Sound des Spiels und des Spiels abgestürzt, okay. Do it. Do it. Do it. Es sind's Creed 3 Remake. Und tot, okay. Oh my god. I like it. Ja, das Wasser ist tödlich, weißt du? Oh fuck. Gesagt, getan. Ja. Ich dachte, das ist ne Krebsaufnahme. Boop, 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 boop. Ich kling's fast so wie so ein Vipro, Tom. Wollen wir den Zuschauern nicht erzählen wie der, wie unser Schultag war? Nein. Ich glaub, das sicht die ja eh nicht. Understandable. Have a nice day. Ich weiß nicht, warum du diese chronisch depressive Musik im Hinterkopf läufst. What the actual fuck? Ich hoffe, dass du wieder stirbst. Oh mein Gott, jetzt ist wärmer als los Unterhose. Stop! Wäre zu schön, um wahr zu sein. Okay, have a nice day. Es ist mir scheißegal, das versucht mich umzubringen. Viel Spaß. Fick dich. Oh mein Gott, ich habe das. Oh mein Gott, ich habe das. Ich mache gerade Geräusche aus Bayronach. Na komm schon, Alter, aufhör. Hey now, you are Kimstar, get your game on, go. Hey, hey now, Rockstar. Ich seh das Rote. Ich seh, wie es langsam rot wird. Hey, hey, hey. Hey. Oh fuck. What? What? Kasu? Oh. Hä? 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 Was hast du mich... Wo hast du mich jetzt reingebracht? Das ist das auch der Police. Ich habe das nicht bekommen, du dummer Schlampe. Die kommt jetzt in meinen Sex. Hey! Das ist der Police. Was hat sich dann reingebracht? Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Oh! Get on my left. Was ist dahin? Get on the police. Woop. OOi. Woop. 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 Cacau, was liest ? Is das lautes ... Das ist bei diesem Sch absch myślę. Du, du dir die! Oh nein 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 Oh, es tut weh im Bauch Als auf Ugoof wird mich auf Suche folgen Gentlemen Oh nein Okay, ich hab die Hälfte meiner HP Die snappert jemand Ich Und von wo? Mäh Fughofen, mate Ich glaube es ist doch irgendjemand auf dem Tor Los ist ja immer Das hat nichts Oh, okay Nur verkauft Fisch Kaso? Es gibt nur ein Leben, das noch verkauft, Kaso Ich weiß gerade nicht, wo ich komme 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 ein bisschen doll Zieht schon wahrscheinlich drauf Das war traurig, dass ich das ganze Match mit I-91 die Pistole lehre Es war traurig, dass ich das ganze Match mit I-91 die Pistole lehre Das war er hier im Ausland, was ich jetzt mal wieder an. Ich hatte immer noch mal die Möge haben und das war er mal hat. Ich habe immer noch mal von meiner Masse zuerstellen. Vielen Dank.